Was ist da eigentlich Bioinformatik? Nun, mit Bio sind die Lebenswissenschaften gemeint, also alle Forschungsrichtungen, in denen es um Lebewesen geht. Das ist zum einen natürlich die Biologie, aber auch Medizin, Ökologie und so weiter. Doch was hat das alles mit Informatik zu tun? Stellen wir uns einmal vor, wir wollen etwas Wichtiges herausfinden, zum Beispiel wie eine Körperzelle funktioniert. Lebewesen sind ja aus Zellen aufgebaut und jede unserer Zellen hat einen Zellkern, in denen sich unsere Erbinformation befindet, die DNA. DNA speichert zehntausende von Genen, mit denen die Zelle eine Vielzahl von Aufgaben erledigen kann. Viele dieser Gene sind zum Beispiel Baupläne für unterschiedliche Proteine, welche davon die Zelle wann herstellen soll und wie viele. Das muss natürlich genau reguliert werden und auch an dieser Regulation sind wieder Gene beteiligt. Gene regulieren, Gene regulieren, Gene und so weiter. Das heißt, Zellen sind ganz komplizierte biochemische Maschinen. So kompliziert, dass wir sie immer noch nicht richtig verstehen. Von den meisten Genen wissen wir zum Beispiel noch gar nicht, wozu sie überhaupt gut sind. Und noch komplizierter als eine einzelne Zelle sind natürlich viele Billionen Zellen, die alle miteinander interagieren und das ist unser Körper. Aber wenn wir nun mehr über die Zellen wüssten und wie sie zusammenwirken, dann könnten wir vielleicht herausfinden, warum sie irgendwann anfangen zu altern. Könnte man diesen Alterungsprozess irgendwie verlangsamen? Vielleicht könnten wir dann alle länger gesund leben. Wenn wir mehr über die Zellen wüssten, dann würden wir vielleicht auch verstehen, was genau schief geht, Wenn eine Zelle plötzlich beschließt, sich rücksichtslos immer weiter zu teilen, sodass am Ende ein Tumor entsteht, lässt sich das irgendwie verhindern? Gibt es vielleicht eine Impfung gegen Krebs? Wo wir gerade bei Krankheiten sind, verschiedene Patientinnen reagieren oft ganz verschieden auf dieselben Medikamente. Das kann zum Beispiel daher kommen, dass ein Patient eine Genvariante hat, die dafür sorgt, dass sein Stoffwechsel das Medikament besonders schnell abbaut, während ein anderer Patient diese Genvariante eben nicht hat, sodass bei ihm das Medikament länger im Körper verbleibt. Der erste braucht dann vermutlich eine viel höhere Dosis, um wieder gesund zu werden als der andere. Wenn man bereits im Voraus wüsste, wie welcher Patient auf welches Medikament reagieren wird, dann könnten wir für jeden Patienten eine Therapie entwickeln, die gerade für ihn optimal ist. Diese Idee wird Personalisierte Medizin genannt und sie würde die Behandlung von Krankheiten revolutionieren. Aber nicht nur über die Zellen in unserem Körper wissen wir noch viel zu wenig. Auch unsere Umwelt steckt noch voller Geheimnisse. Im Boden zum Beispiel, ganz in der Nähe der Wurzeln der Pflanze, gibt es die größte Artenvielfalt auf der Welt. Unzählige verschiedene Klein- und Kleinstlebewesen wie Bakterien und einzählige Pilze leben zusammen in einem komplexen Ökosystem. Erst durch sie wird der Boden fruchtbar. Die meisten dieser Mikroben kennen wir aber noch gar nicht. Und so wissen wir auch immer noch wenig darüber, was im Boden alles vor sich geht. Wie also kann man mehr über diese Themen herausfinden und was benötigen wir, um sie genauer zu untersuchen? Gut, als erstes brauchen wir natürlich unseren Forschungsgegenstand, also Zellen, Patienten, Bodenproben, was auch immer uns gerade interessiert. Dann müssen wir damit Experimente machen. Wir könnten zum Beispiel Zellen mit Hormonen behandeln und dann herausfinden, wie sich das auf ihre Genbenutzung auswirkt. Das Ergebnis solcher Experimente sind dann Daten und zwar in der Regel viele Daten. Denn nur aus vielen Daten können wir uns Antworten auf unsere Fragen erhoffen. Und genau hier liegt jetzt das große Problem. Wie gewinnt man denn aus Daten neue Erkenntnisse? Die Antwort, das geht nur mit Bioinformatik. Denn nur wenn wir Methoden aus der Informatik einsetzen, können wir überhaupt etwas mit den Daten anfangen. Früher war das vielleicht noch anders. Da hatte man noch nicht so viele Daten wie heute und die Daten, die man hatte, konnte man noch alleine auswerten, ohne Computer. Auf vielen Gebieten der Lebenswissenschaften sind diese Zeiten aber längst vorbei. Spätestens seit der Jahrtausendwende, denn damals wurde das menschliche Genom entschlüsselt. Das Genom, also die Gesamtheit der DNA, die wir Menschen in unserer Zelle haben, entspricht einem Text von etwa drei Milliarden Buchstaben. Um diesen Text herauszubekommen, verwendet man sogenannte DNA-Sequenzierer. Solche Geräte bestimmen die Sequenzen zufälliger Stücke aus dem Genom. Am Ende hatte man viele Millionen Textschnipsel, mit denen das Genom zusammengebaut werden musste. Ein so riesiges Puzzle zu lösen, ist eine Aufgabe, die nur mit Hilfe von Computern gelingen konnte. Seitdem leben wir im genomischen Zeitalter und das verdanken wir der Bioinformatik. Das war aber erst der Anfang. Seitdem hat die Technik gewaltige Fortschritte gemacht. Nur 15 Jahre hat es gedauert, bis die DNA-Sequenzierer eine Millionen Mal schneller geworden sind. 1999 mussten noch mehrere hundert Sequenzierer monatelang rund um die Uhr schuften, um genügend Daten für die Entschlüsselung des menschlichen Genoms zu sammeln. 2014 dann hätte ein einzelner DNA-Sequenzierer die gleiche Datenmenge in einer halben Stunde produziert. Seitdem ist die Entwicklung natürlich auch nicht stehen geblieben. Nur zwei Jahre später hat sich die Menge der DNA-Sequenzen, die weltweit in den Forschungsdatenbanken zur Verfügung stehen, verdoppelt. Allein zwischen 2014 und 2016 wurden so viele neue DNA-Sequenzdaten ermittelt, wie in allen Jahren und Jahrzehnten davor, seitdem man überhaupt DNA sequenzieren kann. Und so geht es seitdem weiter. Etwa alle zwei Jahre verdoppelt sich die Menge der verfügbaren Daten. Daten. Das ist exponentielles Wachstum. Die Lebenswissenschaften sind also längst im Zeitalter von Big Data angekommen. Daten zu beschaffen ist inzwischen ganz einfach geworden. Viel schwieriger ist es, die Daten zu verstehen. Dabei ist die schiere Datenmenge noch nicht einmal das größte Problem, sondern dass sie so vielschichtig sind. Lebende Systeme sind nämlich äußerst komplex. Vieles muss zusammenkommen, damit eine Zelle, ein Organismus oder ein Ökosystem tatsächlich funktioniert. Will man dieser Komplexität gerecht werden, so muss man Modelle aufstellen, die jeden relevanten Aspekt berücksichtigen. Und das bedeutet, dass man Daten über die unterschiedlichsten Dinge auswerten und miteinander in Beziehung setzen muss. Erst wenn das gelingt, hat man die Chance, wirklich etwas zu verstehen. Wir brauchen also Bioinformatik, weil Lebenswissenschaften inzwischen zu Datenwissenschaften geworden sind. Dabei ist die Bioinformatik nicht einfach irgendein Hilfsmittel, was man wohl oder übel beherrschen muss, um in den Lebenswissenschaften Forschung betreiben zu können. Denn die Bioinformatik steht vielmehr im Zentrum des Erkenntnisprozesses selbst. Also da, wo Lebenswissenschaften erst richtig interessant werden, nämlich da, wo das neue Wissen entsteht. Darum sollte sich eigentlich jeder, der sich für Themen der Lebenswissenschaften interessiert, auch und vor allem für Bioinformatik interessieren. Bioinformatik kann man studieren und zwar zum Beispiel bei uns an der THM der Technischen Hochschule Mittelhessen. Mehr Infos unter www.tham.de